Willkommen zur vermutlich letzten Folge von der Demo Cent... Oh, es geht tatsächlich noch hoch. Wir haben unsere Wasserhöhle bis zur Perfektion genutzt. Centaur würde das Fahrrad schlagen, dann Goblin würde es aufschlagen. Okay, wir haben hier auf jeden Fall eine kleine Straße. Ich vermute mal, die wird jetzt hier zu dem Ort führen. Abgelegenes Haus. Da waren wir schon? Oder warum zeigt er uns das so an? Kommen wir erstmal da hin. Boah! Is leaving the Demon Village forbidden? The two of you had to get explicit permission to come with me. Not exactly. There are other demons who went out on a journey before us, you know. One went out in search of a legendary comic. Another, und dann haben wir noch zwei ruinen die höhen brauchen wir denke man nicht unbedingt erkunden weit weit sind ja da auch nur kisten drin und so how do demons usually spend their day he brace for true evil we do stuff like dig pitfalls was ist einfach nur so man kann nicht mal reingehen das ist jetzt enttäuschend na gut dann ab den ruinen hier we face to take the time to stop and observe your sorry surroundings every now you just might make some exciting discoveries Wieso greifen da alle uns an? Wieso greifen da alle uns an? Wieso greifen da alle uns an? We might come across other travelers' abandoned belongings or usable equipment. Spoken like a true thief! Ah! Nice! Is leaving the demon village forbidden? The two of you had to get explicit permission to come with me. Not exactly. There are other demons who went out on journeys before us, you know. One went out in search of a legendary comic. Another, the ultimate game. Maybe we will run into them during our own travels. Ah! Wie sagt er denn jetzt abgebrochen? Ich will doch bloß da rüber. Mit dem normalen Jump von meinem Dämonenbuben komme ich da wahrscheinlich nicht rüber. Ich muss da irgendwie... Ah! 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 Ich weiß nicht, dass ich zeitlich da nach vorne drücke. Ich weiß nicht. 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 Wahrscheinlich ist der Fehler, dass ich zeitlich da nach vorne drücke. Ich muss wahrscheinlich erst schweben und dann nach vorne drücken. Hier kommt klar. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht. Ach, scheiße. Ich dachte, ich kann hier hochjumpen. Und wenn wir etwas Loot finden können, dann ist das sogar besser. Hier geht's! Okay. Das ist irgendwie so eine Art Däsch, den ich machen kann auch nicht. Ich probier's jetzt noch einmal. Wenn er dann wieder nicht rüberkommt, dann ist das so. Äh, kann ich irgendwo das Nitro-Ding verbessern, ey? Okay. Okay. Einen Test jetzt. Wäre da irgendwo eine Schanze, dann würde ich einfach mit dem Ding da rüberjumpen. Aber das wird wohl nicht gehen. Okay. Okay. Oh. Das ist toll, wenn ich mich nie mit einer Schmerz destination habe. Das wird nicht wiedergiftig. Oh. Ohm. Oh. 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 Wenn du denkst, dass du dich verletzt bist, sollte du den Map checken. Ja. Getting lost and having a backtrack would be a pain. Ja. Odd ruins. I wonder what they might have originally been built for. There's hidden treasure, too. Maybe it was at our playground? Man, I'm good. Unlocked. I wonder what they might have originally been built for. There's hidden treasure, too. Maybe it was, I don't know, a playground? One dangerous place to leave your children. Well, I would go. Okay, hier ist jetzt einfach mal nichts drin. Na gut, dann in die andere Richtung. Wieder so ein Rettan. Oder ein Arbok. Ja, ein Arbok würde ich sagen, ne? Arbok. Hallo, hörst du mal auf? Oh. So far so good. Whoa. Oh, diese Ruinen sind großartig. Ich habe nie in sie nie gelebt, obwohl sie so nah an unsere Stadt sind. Es muss sich ein sehr langes Zeit haben, um Strukturen auf dieser Größe zu bauen. Die Leute hatten viel zu viel Zeit auf ihren Händen. Lohnt sich auf jeden Fall immer, scheinbar hier diese Ruinen zu erkunden. Kriegt man wahrscheinlich seltene Rohstoffe. Oh, da oben ist wieder ein Skorpion. Das scheint etwas größer zu sein. Also gehen wir erstmal unten lang. Nö. Ob man theoretisch da auch hinkommt, das sieht so aus eigentlich. Oh, es wird gespeichert. Erstmal, dass mir das auffällt. Keine Ahnung, warum der jetzt verschwunden ist, aber ganz gut für uns. Ich habe mich darüber gejumpt. Gut, dann würde ich erstmal sagen, machen wir hier ein Folgenpäuschen. Geht ja doch noch ein bisschen länger, als ich dachte. Spitze, bedanke mich, bis dinner.